Ah, 1 und 2 und 3 und 4 und 4 1 halb, 4 1, 4 1 sechstel, 4 1 7, 5, 5 1 halb, Junge, du musst weitermachen, 1 und 2 und 3 und weitermachen. Ja, Moment, ich geh mal ein Level nach oben, guck mal, Alter, hier, ähm, funktioniert irgendwie gar nicht, Moment. Ja, du bist Schwachbohr, hast du gedacht, dass du schon die großen Handel nehmen kannst, oder warst du Lauch? Nee, ich kann's nicht nehmen. Nicht mal gerade auf der Bank kannst du sitzen. Nein. Ey, oh Mann, Bro, sag mal ehrlich, wo sind wir hier heute wieder... Bro, er trainiert einfach in der Luft, er macht einfach in der Luft. Ich hab deinen Platz aber geklaut, guck mal, jetzt trainieren wir hier beide, aber Bro, hast du eigentlich gecheckt, wo wir heute sind, Mann? Ja, im Boxring, Bro, und da ist der unglaubliche The Rock. Ja, es gibt hier richtig krasse Bosse und wir werden heute alle versuchen zu besiegen, aber natürlich nicht umsonst, Bro. Das muss natürlich wieder eine Bestrafung geben und ich würde sagen, heute darfst du dir mal aussuchen, wie viel Robux der Gewinner bekommen soll. Okay, ich sag's jetzt, es ist eine unglaubliche Zahl. Ich weiß nicht, ob die krass ist, aber der Gewinner kriegt... Oh, Rommelwirbel! ...drei Robux. Bitte was? Drei Robux! Ist das nicht krass? Da musst du aber schon ein paar Nullen ranhängen, Bro. Ja, natürlich, Bro. 30.000! Uh! Okay, okay, ich bin dabei, ich bin dabei, Bro, okay. Ey, okay, dann, ich würde sagen, dass du gar keine Zeit verlieren. Ich gehe hier direkt nämlich schon mal an den Boxsack und trainiere hier ein bisschen. Links, rechts, bam, bam, und ausweichen, bam, bam. Boah, hier siehst du mich ausweichen, siehst du mich ausschweichen hier, guck mal, links, rechts, zack, zack, boxen wieder, ausweichen, zack, 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 ausweichen. Aber, Bro, jetzt mal im Ernst, ich glaube, wir machen so echt langsame Fortschritte, wir brauchen Hilfe. Also, Bro, du kennst mich doch, ne? Also, du kennst mich doch, ne? Also, ich meine, also, ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht immer so ein paar Robux auf dem Lager hätte, so, ne? Ja, ich auch, ich auch heute. Boah, was gibt's hier denn so, boah, man kann hier so viel kaufen. Also, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall erstmal die doppelte Trainingseinheit für 300 Robux. Ich kaufe mir erstmal VIP, Bro. Ja, VIP, ja, äh. Aber, ey, was ich auch mal sagen muss, Leute, ne? Bitte macht das nicht zu Hause nach. Gebt nicht hier 1000 Robux aus, wie wir. Das lohnt sich nämlich. Leute, wir rasten hier komplett aus. Oh, oh mein Gott, Bro. Ich seh's jetzt erst. Bro, was gibt's hier für Pads? Was? Wow. Oh mein Gott. Ist das Jerry von Tom & Jerry, oder was ist das? Ich hab keine Ahnung, aber ich kauf mir so ein limitiertes Ei. Da kann man richtig krasse Sachen draus ziehen. Oh mein Gott. Oh, yo, yo. Okay, ich mach das mal auch. Ich mach das auch. Ich hab mir eins gekauft. Drei Stück hab ich. Bitte gönn. Bitte gönn. Bitte gönn. Bitte gönn. Bitte gönn. Oh mein Gott. Ich hab geheimnisvolles Pads bekommen. Und Immortal. Yo. Ich hab übel krasse Pads bekommen, Bro. Warte mal. Gut, okay, ich drück auch mal drei. Was gibt's hier? Komm schon. Okay, warte mal. Ich glaub, ich hab übel krasse Pads bekommen, Bro. Komm. Gönn. Gönn. Eine gibt einen 56er Multiplayer. Ich hab Immortal. Ich hab Immortal. Hast du auch die Ice Coat, Bro? Die gibt 56er Multiplayer. Ja, ich hab zwei und ich hab Little Monkey bekommen. Ja, freu dich nicht hier. Ich hol mir jetzt erst mal ein Geschenk ab. Ist das nicht gut? Nee, ist das nicht gut. Gibt es schlecht. Glücksrad. Ja, du hast einen Glücksrad schon gedreht hier, Kollege? Moment, das ist ja die Beste. Ich hab den Besten gezogen direkt zu Beginn des Spiels. Bla, 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 bla. Ja. Oh, guck mal. Nee, ich red nicht mit dir. Ich muss hier nämlich trainieren für den ersten Boxkampf. Eins und zwei und drei und vier und... Oh, Junge, ich bin so krass. Das geht ja schnell. Ah, warte mal. Du trainierst am VIP. Oder? Wo bist du? Ich bin noch nicht am VIP, Mann. Aber ich frag mich, wieso du so schnell leveln kannst und ich nicht? Ähm, ich kaufe mir jetzt auch erst mal VIP. Wir sind ja hier kein Alarm-Schnecke. Und was ich mir auch direkt kaufe, ist natürlich einmal... Ja? Oh, dreifache Pet-Anzahl. Oh, das wird sich auch gekauft. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt in den allerersten Boxkampf rein, Bro. Ich mach direkt hier den allerersten Spielerplan, Junge. Okay, okay, Bro. Ich gönne mir jetzt aber auch noch zweifaches Training. Zweifaches Training. Hab ich schon lange. Hast du schon doppelte Siege gekauft, Bro? Äh, noch nicht. Warte mal. Wer siehst du? Moment, Moment. Das wird sich auch noch schnell gegönnt. Ich bin gleich pleite. Ich bin gleich pleite. Aber hey, ich freu mich, die Wobacht, die ich gleich kriege. Das wird cool werden, weißt du? Ich hab das alles wieder drin. Ja, Bro. Ich mach nochmal drei Eier auf und... Oh mein Gott. Geheimnisvoll. Ich hab, ich hab, ich hab... Oh mein Gott, ich hab über die krassen Petze bekommen. Macht er nicht, oder? Digga, wenn ich jetzt an VIP rangehe, Bro. Warte mal. Wenn ich jetzt hier rangehe... Was denn? Oh mein Gott. Guck mal. Ich mach so krass viel. Wie? Moment, komm. Einmal. Das geht bei mir auch noch. Ich glaube, Black Bomb wird sich gekauft. Ja, Bro. Guck mal. Du lame Ente, Bruder. Ich geh jetzt in den ersten Ring rein. In den ersten Ringboxkampf. Okay, okay. Macht das, macht das, macht das. Leute. Ich geh jetzt rein. Oh, es geht los. Oh, hier sind über die krassen Leute. Ey, die fetzen sich alle. Oh, den ersten. Ich hab den ersten, Bro. Wie krass ist der Simulator gemacht, Bro? Ich fetze sich alle weg hier. Komm her, du bist der Nächste. Ich geh auch in den Kampf. Oh, der ist über krass, der Simulator. Komm, wir sind die alle fighten. Hier, du bist der Nächste. Bro, ich fetze hier alle. Ich fetze hier alle, Bro. Ich fetze hier alle. Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Nein, der hat mich platt gemacht. Zack. Ich hab die ersten drei, hab ich geschafft. Ich krieg kein Damage. Ich krieg kein Damage. Ich hab die ersten drei, hab ich geschafft. Ich hab nichts gemacht. 75 Siege hab ich bekommen. Ist okay, Bro. Sei ich ehrlich. Ist okay. Ist okay. Erklär mir mal, wie das funktioniert, Bro. Ich krieg gar nichts hin. Ja, du bist einfach ein Noob, Bro. Das ist das Ding. Ey, ich bin schon wieder im Kampf. Wie kann man... Ich drücke die ganze... Ich klicke. Ah, ich hab einen. So, nochmal hier ein paar Rewards abholen, Leute. 200. Bam. So, let's go. Ich würde sagen, wir kaufen uns mal 10 Spins am Glücksrad, ne? Keine Chance, Mann. So, ich kaufe dieses... Aber ich hab schon immerhin... Jawohl, ich bin jetzt 6 da. Bro, ich hab jetzt grad 10 Spins am Glücksrad gekauft. Warte, 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 komm. Ich hab keine... Ich hab keine... Ich wurde gescampt, Bro. Nein. Ich wurde gescampt. Wie? Was? Warum? Ich hab grad 400 Robux ausgegeben für 10 Spins, aber ich hab keine Spins dazubekommen. Oh, nee, echt jetzt? Das ist... Oh, warte, ich... Ich spin jetzt einmal. Ich wurde gescampt. Ja, los. Okay, train nicht am Glücksrad, Bro. Es ist Scam. Los. Es ist Scam. Scam, 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 Scam. Leute. Wow. Ich hab... Okay, 200-fach Leben, ja. Bro, checkst du das? Habt ihr das gesehen, Leute? Ich hab gerade für 400 Robux Spins gekauft und hier steht immer noch nur Spins. Hier. Ey. Digga. Das ist ein Scam. Das ist ein Scam, Bro. Ja, Bro, aber egal. Ich trainiere hier trotzdem weiter im VIP-Box-Sack. Hier, zack, zack, links, rechts, Bro. Es ist unglaublich aus. So, warte mal. Kann ich Pads... Kann man die upgraden? Ich überlege gerade mal. Was ist das? Equip best? Ja, also... Ich weiß nicht so recht, ne? Das sieht gut aus. Ey, Bro, ich bin so gut dabei. Guck mal, wie viel Boxstärke hast du insgesamt schon? Bro, ich komme gar nicht voran. Du hast 6.000 gerade mal, Bro. Ich hab 160.000. Warte doch mal eben. Guck mal. Ich gehe jetzt auf den nächsten Box-Sack. Bro, bist du lost? Bro, wenn du VIP hast, kannst du direkt einen VIP-Box-Sack ran, du Idiot. Ach, echt? Das geht direkt so? Ja. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, Digga. Okay, cool. Du bist ja so lost. Das wusste ich doch nicht, Mann. Das wusste ich nicht. So, ein bisschen hier die Handel nach oben heben. Zack, zack, zack. Ja. Ey, Bro. Let's go, Mann. Ich werde gleich schon den Endposten-Boxring fertig machen. Ich sag dir ehrlich. Und dann gehe ich in die nächste Welt rein. Ja, ich würde sagen, geduldig noch ein kleines bisschen. Ich versuche mal mein Bestes. So, hier. Aber weißt du, was krass ist? Das Geile hier ist, ich merke, es dauert echt länger zum Leveln. Guck mal, zum Beispiel. Hier, um in die nächste Welt reinzukommen, braucht man 20.000 Siege, Bro. Ich habe gerade mal 180. Also hier muss man echt. Das ist wirklich krass. Hier muss man echt krass leveln. Was ist hier? Ja. Man kann Pads vergolden, Digga. Man kann Pads. Wie, man kann? Man kann Pads. Man kann Shiny Pads machen. Oh. Wie? Bro. Okay. Wie viel Leben hast du? Man kann Rainbow und Shiny. Äh, 1,25 Millionen. 1,25 Millionen. Okay. Ich habe jetzt eine Mio. Ich glaube, das reicht erstmal, um ein bisschen zu kämpfen. Yo. Er hat einfach schon sechs Tiere. Ich kaufe mir Luck. Weil mit Luck, Leute, müsst ihr euch vorstellen. Hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, krassere Pads zu bekommen. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich muss jetzt aber echt sparsam umgehen. Ich habe nämlich nicht mehr viele übrig. Deswegen würde ich sagen... Bro, ich öffne jetzt nochmal hier so ein Triple Eye, Bro. Ja, also ich öffne auch ein Triple Eye. Komm, komm, komm. Ich habe super Luck. Ich bekomme so krasse Pads jetzt dadurch, Bro. Weil ich Luck habe. Come on. Ich habe durch super Luck. Bekomme ich so krasse Pads dadurch. Ich habe schon wieder Immortal und zwei Geheimnisvolle. Ja, ja. Komm, 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 komm. Ist das gut? Ich weiß nicht. Ich glaube, das Beste ist... Das Beste... Ich habe drei Geheimnisvolle. Okay. Ich... Die Geheimnisvolle sind die schlechtesten. Oh, hä? Ich gucke dir ein übelges Game, Digga. Die sind die schlechtesten. Empfehle dir, Bro. Lock deine Tiere ein, damit sie nicht kaputt gehen, wenn du sie vergolden lässt oder sowas. Also, dass du die nicht verlierst. Ja, Immortal, Digga. Endlich. Aber die Eiskau ist echt die krasseste. Das muss ich ja wirklich ehrlich sagen, Bro. Aber was ist die Immortal eigentlich? Immortal ist... Ist das Beste, ne? Unsterblich. Nee, die Eiskau. Aber irgendwie komisch, dieses Rating. Eigentlich ist es die Beste. Aber gut. Ich mache jetzt erstmal hier alle fertig. Hier. Ich habe mir gerade so viele Eier gekauft. Ich create... Ich kriege sie nicht. Ich mache dir alle shiny, Bro. Ich mache dir alle shiny. Ich mache kein Damage. Wieso mache ich kein Damage? Bro, ich mache jetzt... Ich mache shiny Pads. Bro, erklär mir mal, wie man kämpft. Ich verstehe nicht, wie... Das ist verpackt. Oh, 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 Bro, 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 Bro. Ich habe mein erstes shiny Pad. Ich bin der Letzte. Ich bin da und dieses Spiel ist verpackt. Bro, 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 Bro. Ich mache gerade shiny Pads. Ich mache gerade richtig krasse shiny Pads. Cool. Oh mein Gott. Er ist hier wirklich... Erstmal muss diese... Warte mal, wie macht man das? Guck mal, meine Pads sind jetzt Gold, Bro. Oh mein Gott. Was? Bro, was ist denn der Effekt? Was brauchst du dafür? Musst du diese Pads haben und dann verlierst du ein paar? Digga. Äh, aber ich habe trotzdem... Ja, ich habe die nicht ausgerüstet, weil ich trotzdem immer noch krassere Pads habe. Aber wenn ich... Digga, I-Mädchen, ich habe so eine... I-Mädchen, ich habe eine shiny Eiskuh. Das wäre krass. Du kannst sogar Rainbow machen, ne? Du kannst sogar Rainbow machen. Ja, aber wie macht man Rainbow? Oh! Rainbow macht man, indem man shiny Pads quasi nochmal upgradet. Das ist sehr heftig. Oh mein Gott. Ey, ich gehe jetzt noch einmal in den Ring rein und danach, glaube ich, mache ich Rainbow Pads. Das sind die... Bro, überleg mal Rainbow Pads. Okay, ey, aber Bro, bitte erklär mir, wie man hier klickt. Es funktioniert mal wieder nicht bei mir. Ja, du musst einfach die Leute... Ja, du musst einfach drauf drücken, Bro. Du kannst auch Autofight anmachen. Ja, ich drücke, ich drücke. Es funktioniert nicht. Hä? Autofight, dann wiederholt er die Kämpfe. Ich kriege keinen Klick her. Hä? Nichts. Es geht nicht. Bro. Ich mag kein Damage, Mann. Bro, ich kriege eine Kopfnuss von The Rock, Junge. Ich muss die platt machen. Schill mal. Ich klicke... Klicke, um zu kämpfen. Ich versuch's, aber es geht nicht. Es geht nicht. Der macht mich fertig. Der Fisherman's Friend macht mich fertig. Ja, das war's komplett. So, ich bin jetzt schon auf Platz 4. Let's go. Man kann Pads locken. Was heißt das, wenn man Pads lockt? Ja, dass die nicht eingefroren werden können oder so. Äh, lol. Ja, ich hole mir jetzt noch mehr Pads, Bro. Ich will Rainbow Pads. Ich sag ehrlich. Okay, Bro. Ich hab's jetzt hinbekommen. Ich muss auf Autofight drücken. Und jetzt mach ich den fertig. Aber der ist ganz hart, Leute. Oh, nein. Ja, ey, Bro. Guck mal, ich wag jetzt hier draußen auf dich. Weil ich glaub, du hast es auch mal langsam verdient. Eins auf den Kopf zu bekommen, Junge. Ich bin Vierter geworden dieses Mal. Ja, komm mal raus. Ich bin fast am... Ja, komm mal raus. Ja, komm mal raus. So. Sieh mal einer an, Bro. Wo bist du denn? 125 Sieg. Ja, ich komm jetzt. Ja, guck, ich halte eins auf den Kopf, Junge. Komm hier. Boah. Nein, Alter, aber ich... Links, rechts. Boah, boah. Keine Chance, Bro. Keine Chance, Mann. Hier. Ich fahr euch aus. Du kannst mir kein Damage machen. Ja, Bro. Ich geh jetzt hier erstmal weiter trainieren. Weil meine Pads... Genau. Ich muss hier erstmal ausprobieren. Ja. Wie viel Leben hast du, Bro? Ein... Ja, eins, komm mal... Dings Millionen. Eine Million. Bro, ich mach so viel gerade. Diga. Ich hab gleich drei Millionen schon. Ich krieg so viel Leben dazu. Drei Millionen hab ich. Drei Millionen. Warte. Ich muss meine Pads noch mehr upgraden. Warte mal, warte mal. Wie, Bro? Wie viel willst du denn noch ausgeben? Nein, ich muss die upgraden. So. Ja, aber wie willst du das machen? Wie viele hast du denn? Ähm, warte mal. Bro. Ich hab nur sechs. Ich kann die... Ich kann die Little Monkeys, äh... Shiny machen. Jo, aber wie viele hast du denn? Äh, warte. Ich mach jetzt gerade Shiny. Nach kann ich dir sagen. Ich hab jetzt ganz kurz Shiny gemacht. Bam. So. Ich hab nur sechs Pads. Wie viele hast du insgesamt gehabt? Äh, warte. Ich muss ausrüsten. Ich hab jetzt... Ey, Leute, ey. Ich hab jetzt insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Aber davon hab ich halt schon viele upgradet. Okay. Aber du brauchst das Glück dafür, ne? Oder? Äh, Glück hatte ich mir gekauft, ja. Aber ich hab super lucky. Ich kaufe jetzt noch einen normalen Lucky. Vielleicht zieht das dann nochmal extra. Aber super lucky ist nur für Ziehungen. Ähm, ja, ja. Bro, ich grade ja auch nur ab, wenn ich 100% Wahrscheinlichkeit bekomme. Ah, ja. Macht Sinn, macht Sinn. Oder bei 80, komm. Riskier's mal bei 80%. Das mach ich nicht, Bro. Ich geb ja übel viel Robux dafür aus. Für den Thrill-Faktor. Du könntest ja dadurch Robux sparen. Weißt du auch? Nein, nein. Ich, Bro. Na los, Bro. Ich... Ich mach gleich. Okay, warte. Ich mach jetzt... Ich hab jetzt nochmal drei Eier aufgemacht. Ich mach nochmal. Weil... Ja. Ich... Bro, ich will mein erstes Rainbow-Pad haben. Das wär so OP. Okay, Mann. Beleg mal, Bro. Ey. Alter, aber es wird voll schwer. sein, den The Rock zu holen. Junge, der hat hier Gold-Pads überall. Natürlich. Wirklich. Das gibt's ja nicht. So, warte. Das gibt's ja nicht. Ich mach jetzt nochmal hier. Shiny davon. Bam, zack, zack, zack. Ich mach hier noch ein bisschen trainieren. Ich will gleich The Rock fertig machen. Ich will ihn gleich zerstören. Zack. Bro, soll ich eine Eiskur auf 80% machen? Oh. Ich mach, Bro. Ich mach, ich mach. Oh mein Gott. Nein, bitte. Bitte kein rotes Feld. Bitte kein rotes Feld. Oh mein Gott. Was? Hast du's verloren? Ich hab alle verloren gerade. Oh mein Gott. Ich hab alle. Bei 80% war Keimlichkeit. Ich hab bei 80% alle Eiskühe verloren gerade. Er hat einfach. Junge, du hast jetzt gar nichts mehr. Du musst wieder ziehen. Digger, Bro. Ey. Das tut mir jetzt echt leid. Bei 80% ist eigentlich... Bro, 80% und ich komm aufs Rote. Leute, es tut mir so leid, weil du hast die maximale Menge verloren, die man verlieren kann überhaupt, ne? Auch. Weil wenn du einen abgibst, okay. Bro, ich kauf mir jetzt ein Monkey Pad für 1300 Robux. Ja, und ich geh kämpfen, Bro. Ich geh jetzt kämpfen. Bro. Let's go, man. Bro, mir ist alles egal. Ich hab gerade... The rock, the rock, the rock, the rock, the rock. Oh, oh, oh. Ich hab gerade ein legendäres Monkey Pad gekauft, Bro. Was hast du gekauft? Ein legendäres Monkey Pad. Ja, aber ich glaub, der ist gar nicht gut. Der ist schwächt. Bro, der hat 240 X, hat er. Du hast geholt. Der ist schwer, der ist schwer. Na los. Greif ihn an. Na los. Oh mein Gott. Bam, bam, bam. Come on, ich will aufs Podium. Ich mach jetzt Ice-Kuh nochmal auf 60%. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich hab Podium, Bro. No risk, no fun. Nein. Wieder reingekackt. Egal, Digger. Ich kauf den Superlack. Ja, kauf Superlack. Ich mach jetzt ganz gut den Co-Man fertig. Oh mein Gott, wärme ihn gleich. Ich weiß nicht, wie lange der hält. Ich weiß nicht, wie lange der hält. Komm schon. Okay. Komm schon, wärme ihn, wärme ihn, wärme ihn. Sehr gut. Komm jetzt hier. Wir mischen uns mit dem Schädeltypen ein. Ja, der kann nichts machen. Komm her, Schädeltyp. Oh, macht so viel Damage. Nein. Aua. Gönn. Gönn, was Gutes, Mann. Episch. Ja, Dichtungen. Boah, auf Platz 3 dort sind, Bro. Ich hab auf Platz 3 geschafft. Ach, was laber ich? Der ist schlecht. Der ist schlecht. Ich werd die bald diskaden. Wenn ich die Gold mache, das wär cool. Das wär cool. Aber ich glaub, ich muss noch ein bisschen kämpfen, Leute. Ich muss noch ein bisschen kämpfen, Leute. Bro, ich kauf jetzt das letzte Mal so drei Eier. Ich hab schon so viele. Oh mein Gott, Bro. Was? Ich hab die maximale Anzahl erreicht. Ich bekomm ne Mennung. Ich darf keine mehr kaufen. Was? Inventar ist voll? Oh, ne, warte, jetzt, 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 jetzt. Warte, jetzt ging's. Oh. Ja, geheimnisvoll. Let's go. Geheimnisvoll. Schnappes Ding, Bro. Geheimnisvoll ist das schlechteste, lol. Ah, ich sag dir, wie es ist, Bro. Ich glaub, ich bin stärker als du gerade. Ja, bist du nicht, Bro. Bro, ich hab ein einzelnes Pad für 1300 Robux gekauft, Bro. Juhu. Ey, aber dieses Pad, was du da kaufst, ist das vom Event? Äh, ne, ne, du kannst unten auch einzelne Pads kaufen. Och, echt? Ja. Na, das hab ich nicht gewusst. Aber wie stark sind die denn? Äh, 240X hat das. Ah, 240X, okay. Ich mach jetzt nochmal 80%, Bro. Jetzt muss es gönnen. Ja, mach das, Mann, mach das. Ja, Digga, let's go. Let's go, endlich. Okay. Ja, nice. Warte mal, ich kann jetzt schon Rainbow Pad eigentlich machen. Ich kann Rainbow Pad machen, Bro. Okay, dann willst du alles verlieren, Bro? Willst du alles verlieren? Nein, ich mach 100%, Bro. 100%. Okay. Ich krieg zu 100% jetzt ein Rainbow Pad. Dann würde ich sagen, mach das, Mann. Und ich muss gucken, wie viel Stärke brauchen wir, um The Rock zu besiegen. Er hat 2,5 Mio. 2,6. Ich hab 600k. Also, ich bin noch weit weg. Wieso? Aber ich glaub, den Zweitplatzierten könnten wir weit besiegen. Wir brauchen nur mehr Leben. Wir brauchen mehr Leben. Wir müssen trainieren. Oh ja. Das ist gut. Let's go. Was ist das? Gibt's hier noch was? Game Pass. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir alles schon gekauft, Leute. Das haben wir auch. Das haben wir. Das haben wir. Ey, ich bin full equipped, Bro. Ich glaub, ich brauch eigentlich nichts mehr. Ich muss nur noch trainieren jetzt. Ich trainiere jetzt ein bisschen. Und dann, Leute. Schaffen wir endlich den Endboss im Boxring. Oh my God. Bro, let's go. Bro, also ich versuche es vor dir zu schaffen. Ich bin an der einen Handel dran. Ey, wer am Ende in der weitesten Welt ist, Bro. Wer weitergekommen ist, hat gewonnen. Ey, aber ich will sehen, wie schnell du dein Leben kriegst. Ey, Bro, ich hab jetzt auch gleich zu dem jemanden. Bei mir geht das übel schnell, Bro. Ja, er macht doppelt so schnell. Okay. Aber ey, Junge. Er macht doppelt so schnell. Bro, ich hab dich dann wieder aufgeholt. Dachtest du wirklich? Nein, Mann. Ich hol dich auf, Bro. Ich komm näher. Ich komm näher. Aber wer hat mehr Robux ausgegeben? Du. Oh, Bro, Bro. Digga, du checkst etwas gar nicht. Du checkst etwas gar nicht, was ich aber gleich checke. Hey, oh mein Gott. Was denn? Ich check etwas, was du überhaupt gar nicht checkst. Fünf, vier, drei, zwei, eins und let's go, Digga. BAM! Was check ich nicht, Bro. Was check ich nicht? Oh mein Gott, wie geil, wie geil, wie geil. Hier, hier, du hast... Hier, oh mein Gott, let's go. Hier, guck. Guck dir mein Pad an, Bro. Ja, ja, okay. Siehst du links ein schwarzes Pad, Bro? Siehst du das, hä? Wie, woher kommt der? Das ist Event Pad, aber Moment. Das ist doch schlecht, das hat nur 36. Ja, und? Ja, okay, aber... Ja, ich sag's mal eher so, Bro. Also, ähm... Ich hätt schon ein bisschen mehr erwartet, aber gut. Weißt du was? Komm, auf Ehrenbruderbasis. Ich mach jetzt noch einmal letzte Shop. Ich mach letzte drei Eier ziehen. Bro, ich gewinn jetzt den kompletten Ring. Guck mal, ich mach dir alle easy, Blatt, Bro. Ich mach jetzt das letzte Mal Eier ziehen, Bro. Letztes Mal. Ich mach dir alle fertig. Ich hab super Luck an. Ich hab super Luck. Zack. Zwei Immortal und ein Geheimnis voll. Nice. Let's go. Den haben wir. Den haben wir auch gleich. Bro, ich... Ich gewinn das. Ich gewinn das. Oh, du, Rock macht so viel Damage mit seiner Kopfnuss, Digga. Ja, absolut. Oh mein Gott, die gehen beide auf mich, Digga. Ey, äh, Bro. Ich frag dich jetzt mal ganz wichtig. Lohnt es sich, diese, äh, Immortal Monkeys zu upgraden? Nein. Also, die haben 33. Was hat dein vergoldetes Pet? Äh, ich muss mal gucken. Ich bin Zweiter, Alter, nur geworden. Äh, ich muss mal gucken. Ich mach, warte, ich sag, ich mach auch noch ein letztes Mal drei Eier auf. Was für ein Faktor hat dein, äh, dein, äh, Little Monkey? Ich glaub, das lohnt sich sogar fast gar nicht, das zu vergolden, hab ich das Gefühl. Nee, nee, du kriegst, also guck mal, wenn du vier davon hast. Das ist nur, wenn du, wenn du, wenn du die als stacken willst, ne, lohnt sich das. Ja, wenn, wenn du die stacken willst, genau. Weil für mich lohnt sich das nicht. Ich hab nur vier von denen und ich hab gerade wirklich die besten meiner Pads ausgerüstet, ja. Die sind auch alle jetzt gelockt. Alle mal gelockt. Jetzt gucken wir mal, wie stark die sich im Kampf machen, Bro. Oh, 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 warte mal, lohnt sich das? Ah, ich wüsste uns nicht. So, jetzt gehen, Bruder. Oh, ja. Was hat der vor? Oh, ja. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Was hat der vor, Mann? Oh, yeah. Kollege Schneecho. Komm schon. Du siehst mich nie wieder. Du siehst mich nie wieder. Wie? Er hat sich Siege gekauft. Nein. Das, man muss den, man muss erst den ersten Platz machen, bevor man... Ja, man muss ihn besiegen, Bro. Du kannst nicht durch die Tüte laufen. Kacke, Digga. Man kann nicht cheaten. Lumex, der Cheater. Egal, Bro. Man kann das nicht. Ich hole mir jetzt noch ein bisschen mehr Leben und dann mache ich The Rockblatt. Ich möchte mich hier einfach schnell ein, in die Mitte, einfach rein. Rushen, ja. Digga. Bro, was wollen die, Digga? Bro, was wollen die denn? Digga, guck dir die an, Bro. Was wollen die? Hier. Ja, Bro, das Ding ist, ich erkläre dir mal den Unterschied. Ich kann nicht klicken, ne? Also, bei mir musst du automatisch... Ja, Autofight. Bro, The Rock ist Kinderklacks. Oh, und er macht guten Damage, Bro. Der macht... Oh, Bro, wie viel Damage, Bro. Wie viel Damage macht der? Oh, ich hab mich nicht von ihm hitten lassen. Ich hab mich nicht von ihm hitten lassen. Ja, der hat 25 Mio Damage. Sag ich doch, Alter. Ich mach Taktik, Bro. Ich lass mich nicht von ihm hitten, Bro. Ich hab Taktik. Ich renn so kurz hin. Mach den Damage, renn wieder weg. What? Bro, der ist so krass. Der ist so krass. Ich hab Kombo, ich hab Kombo, ich hab Kombo. Ich hab Kombo. Ich hab Kombo. Nein. Man kann eine Kombo haben. Nein, 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 Bro. Ich bin One-Shot, ich bin One-Shot. Ich bin Zweiter mit. Ey, Bro, ich hab ihn fast. Ich hab ihn fast. Ich hab ihn fast. Ich hab ihn fast. Digga, das ist so krass gemacht. Kombo. Kombo. Ich hab Kombo. Ich hab Kombo. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab ihn in der letzten Sekunde. Er hat mich auch geholt. Wir waren beide gleichzeitig tot und ich hab ihn in der letzten Sekunde geholt, Digga. Das ist krass. Oh mein Gott. Das ist Wahnsinn, Bro. Selbst ich hab den so lucky bekommen. Du kriegst ihn niemals, Bro. Du kriegst ihn niemals. Also, Digga, jetzt kommt der hier durch. Noch nicht den ersten Platz gewonnen? Hä? Doch, hab ich doch. Hast du wohl nicht? Besiege Invincible Rock. Hä? Hä? Okay. Hä? Dann ist es merkwürdig, Alter. Der lässt mich nicht durch. Leute, ihr lasst jetzt Like da und Lumex macht den Rainbow Pad. Nein, nein, nein. Das wird... Ja, doch. Nein, nein, nein. Niemals. Doch, doch. Du machst es jetzt. Ihr lasst jetzt Like da und Lumex riskiert es. Komm. Mach es. Bro, Bro. Bro. Mach. Bro. Nochmal. Um Rainbow Pads zu machen, brauchst du goldene Pads. Um goldene Pads zu machen, brauchst du eigentlich 20 normale Pads. Und ich... Das sind Little Monkeys, Bro. Bro. Ich riskiere zwei goldene Little Monkeys. Das ist Lebensmüte, Bro. Ja. Digga, die sind... Ich habe locker schon 3000 Euro Bugs dafür ausgegeben. Wenn ich so noch mehr. Aber ey, wie lucky wärst du, wenn du mit zwei Monkeys einen Rainbow kriegst? Dann wäre der ja richtig stark. Aber das lohnt sich nicht, Bro. Das lohnt sich nicht. Weil die... Also der stackst dann zwei. Also die würden aber wahrscheinlich... Sind das drei oder vier, die gesteckt sind. Wenn du das Glück hast. Der kann nicht einfach mehr Pads ausrüsten? Warum geht das nicht? Ja, man kann nur sechs haben. Man kann leider nur sechs haben. Das geht einfach viel zu langsam. Ich muss jetzt The Rock noch mal klatschen, Bro. Ja, dann probier's, Bro. Probier's. Ich versuch mein Bestes hier. Aber ich hab alles... Alles gekauft, was es zu kaufen gibt. Oh, Mann, ey. Ey, ich hab wirklich so viele krasse Pads, ne? Aber... Digga. Ja. The Rock ist ein anderer. Wobei, zu upgraden lohnt sich schon. Weil man kann ja sowieso noch maximal sechs ausrüsten, Bro. Und wenn die ersten fünf besser sind, dann lohnt sich's schon, Bro. Wenn du so viele hast, dann ja. Dann lohnt sich das. Ja, das lohnt sich schon, Digga. Wie kannst du den besiegen? Weißt du dem aus oder machst du das? Ich, äh, manchmal kann man... Ist ja so betäubt. Dann kannst du dir eine Combo geben. Das ist bei mir gar nicht der Fall. Das ist bei mir überhaupt... Ja, doch, ganz kurz nur. Ja, okay. Du musst dann richtig rein-spammen, dann. Ne, ich kann nichts machen. Ich kann nicht klicken. So, warte. Das ist bei mir aus der Charakter automatisch kämpfen. Ich spamme jetzt hier rein. Einfach, zack. So, die Fight. Ich wisch mich einfach ein bisschen ein, so. Ja, mach das mal. Den hab ich... Jetzt ist Rock dran. Rock hat eine Combo bekommen. Der macht so guten Damage, Digga. Ich mach auch... Ich hab Kombo. Ich hab... Oh, ich hab gute Kombo. Boah, ich hab ihn, glaub ich. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Komm, komm, komm. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Hat er ihn? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Let's go. Jo, er hat... Ja, jetzt hab ich ihn wirklich, Digga. Junge, endlich. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Ja, ich kann in die nächste Welt rein. Digga, let's go. Er kann da rein. Oh mein Gott, Bro. Du könntest ja mir zur Abwechslung mal traden, ne? Du kannst doch bestimmt mir die Pads geben, die du hast. Ich trade dir gar nichts, Bro. Guck mal. Ey, hier an dem Boxsack. Oh mein Gott, Bro. Ich mach jetzt hier schon so viel mehr. Oh mein Gott, danke, Bro. Ja, dann kannst du mir erst recht deine Pads geben, Bro. Ich brauch doch diese Leben. Ich muss Rock besiegen, Mann. Danke, Digga. Oh mein Gott. Und ich brauche noch 20.000 Siege. Ja, hast du ja immer noch nicht, oder was? Ich hab keine... Nee, ich hab... Bro, ich hab 800. Ey, ich hab 60.000. Ich kann einfach easy eine Wiedergeburt machen. So, come on, ey. Ich hab jetzt wieder... Oh, man kann Wiedergeburten hier mehrmals spammen. Oh mein Gott. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich hab direkt schon drei Stück gemacht. Egal. So, direkt 50 Millionen Leben voll. Easy. Boah, hier gibt's ein Ei. Das kostet 3,3 Millionen, Digga. Ich hab ein Freund, Bruder. Und jetzt den, Alter. Jetzt den, Mann. Come on. Bam, 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 bam. Ey, Bro, komm. Noch zwei Minuten, dann machen wir einen Entscheidungskampf, Bro. Wer weiter ist. Ja, Bro. Ich bin doch gar nicht... Ich bin gerade im Kampf gegen The Rock, Alter. Ja. Der macht dich hier fertig. Der macht dich immer noch fertig. Oh, Junge. Ich hab ihn... Der hat... Ein paar Leben hat er verloren. Ein paar. Ich bin jetzt hier gerade noch... Ich bin jetzt hier gerade noch... Ich bin noch am Boxing... Äh, im Boxer-Kiez gerade. Ja. Komm, drei Millionen machen wir voll. Drei Millionen haben wir voll. Dicke Kombi, dicke Kombi. Oh nein, ich hab nur noch sieben Millionen. Der hat 30 Millionen. Ich hab drei Millionen Damage und 50 Millionen Leben. Digga, hier sind übel die krassen Gegner. Oh mein... Bro. Bro. Bro, was sind hier für krasse Gegner? Bro, der... Bro, der Schwächste... Der Schwächste hat 200 Millionen Leben und klatscht mich. Digga, was? Bro, ich bin gerade im heftigsten Kampf gegen The Rock, Alter. Er ist so viel more powerful als ich. Aber ich mach ihm Damage. Ich wurde letzter, Bro. Ich wurde einfach letzter. Die haben mich weggeklatscht, Bro. Wie? Wie, Bro? Du musst überlegen, in der neuen Welt... Der schlechteste Spieler vor denen hat mich easy weggeklatscht, ne? Was? Okay, das ist heftig. Digga, Bro. Aber ja, ich bin hier noch aktiv am Trainieren. Der beste Spieler in dem Simulator hat einfach neun Tage Spielzeit. What? Und der hat bestimmt investiert. Und die besten Pads. Digga, neun Tage Spielzeit? Digga, wie viele Stunden sind das, Bro? Das sind neun mal 24. Ja, ja. Das ist quasi... Ihr könnt euch rechnen, wenn ihr eine ganze Woche plus zwei Tage durchgängig nur zockt. Ohne schlafen, ohne gar nichts. Digga. Das war ein Sinne. In einem einzigen Roblox-Simulator, Bro. Überleg mal. Das ist... Alter, das ist unglaublich. Ey, Bro. Ich hab jetzt gleich 5 Millionen Damage auch schon. Das ist so OP. Komm, 4 Millionen machen wir voll. Oh, jetzt hab ich eine 5 war Kombi, Bro. Jetzt haben wir fast gleich viele Leben. Ich könnt den Kampf gewinnen, Mann. Ich könnt den Kampf gewinnen. Ich geh jetzt auch hier in den nächsten Ring rein, Bro. 4 Millionen. Let's go. Er hat weniger Leben als ich. Bam. Nimm das. Ja. So, bitte. Ey, Bro. Ich muss jetzt wenigstens den schwächsten Spieler. Digga, der schwächste Spieler macht 10 Millionen Damage, Digga. Was? Ich hab's geschafft, Mann. Bro. Digga, selbst der Kleine macht mich immer noch fertig, Digga. Was? Junge. Was? Bro. Ich brauch deine Pads. Du musst hier herkommen, weil ich kann die 20k-Siege nicht holen. Bro, der beste... Ich hab 8k. Bro, bei mir macht der beste Spieler einfach 2 Billionen Damage, Digga. Wie? Wie? Wie soll das gehen, Bro? Ich hab das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen, weil das macht ja gar keinen Sinn. Wie soll man so schnell leven, Digga? Absolut krank, ne? Digga. Ich komm mal zurück. Das ist ein sehr balanced. Man muss ja sagen, das ist ein sehr, sehr gebalanceder Simulator. Ja, der ist mega balanced, Bro. Mega, 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 mega. Nicht so, dass man irgendwie 100 Billionen Schaden kriegt irgendwie direkt am Anfang. Ey, Bro, ich will jetzt mal gegen The Rock kämpfen. Ich will mal gucken, wie easy ich den jetzt grad mach. Geht's in The Rock. Ich bin gleich da, Alter. The Rock ist hier. Guck mal, die mach ich halt alle easy, Blatt, Digga. Aber auch der Unterschied, Digga, von The Rock von 2 Millionen Damage zu 2 Billionen. Digga, das ist auch ein krasser Unterschied, ne? Das ist Wahnsinn, Alter. Ja, guck mal, Bro, The Rock mach ich jetzt easy, peasy, Blatt, Digga. Der kann ja gar nichts machen. Ey, Junge, ich bin schlechter in diesem Kampf aufgestellt. So, jetzt The Rock, Alter. Er hat noch 50 Millionen. Gefühlt hat niemand ihm richtig Damage gemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünfer Kombi. Okay, das klappt. Nach dem Rhythmus kann ich ihn besiegen. Ich mach jetzt noch einmal The Rock platt, dann kann ich der nächsten Welt nämlich ein 50.000 Trophäne-Ei kaufen. Aber ich krieg das hin, komm. Ich schaff das. Ich schaff das, ich sag's ehrlich, Bro, ich schaff das. Ich hab das jetzt, ich, 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 ich krieg das jetzt hin. Weißt du was, The Rock ist eigentlich dann der erste Gegner, den ich besiege, oder? Warte mal. Du musst sowieso alle machen. Ja. So, ich hab jetzt 50.000 Trophäen wieder. Ich geh ins nächste Welt rein und kauf mir dann 50.000 Trophäne-Ei. Da muss jetzt was krasses kommen. So, komm. Man braucht 55.000, Digga, wollt ihr mich verarschen? Ey, kommt, yeah, jetzt. Ich will jetzt hier mein 55.000 Trophäen-Pad aufmachen. Komm her, du Rock, Junge. So, Bro, easy. Jetzt wird das 55.000 Trophäen-Pad geöffnet. Ey, Leute, gönnt mal bitte, dass da irgendwas krasses rauskommt. Ey, Bro, wir müssen jetzt Endpost-Fight machen. Ja, Bro, Bro, warte doch. Ey, ich bin noch, ich will doch die Trophäen. Wir müssen jetzt einen Endpost-Fight machen. Also, entschuldige mal. Du kannst dich nicht beschweren. Du willst mir die Pads nicht geben. Warum soll ich dir meine... Legendier! 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 Legendieres Pad, Bro. Oh mein Gott. Ich brauche die Stärke, Mann. Ey, das war ja gar nicht mal krass, Digga, ey. Das ist das zweite... Digga, ey. Das gibt 26 Multipline? Ich kann das nicht mal ausrüsten, Digga, was? Oh, ja, komm. Ich mache... Ich mache... Ich scheine Little Cat auf 20%, Bro. Das ist unmöglich eigentlich. Yeah! Yeah! Na, schade. Let's go, Mann! Let's go, Bro! Rate mal, wer jetzt endlich reinkommt. Ohne diese geisteskranken Pads. So. Ich komme nicht die Tür. Leute, es hat so lange gedauert, ey. Das war ein Sinn. Ach, ja. Oh mein Gott, Bro. Ja, direkt an den Boxsack, Bro. Direkt an den Boxsack, Alter. Bro, wir müssten jetzt Empos-File machen, Bro. Komm schon. Bro, ich kriege den kleinsten immer noch nicht, Digga. Das ist Wahnsinn, Alter. Ich kriege ihn gerade mal auf die Hälfte, Digga. Das ist krank, Alter. Das ist Wahnsinn. Digga, das ist schon heftig. Was bringen die Eier? Ja, Pads halt, ne? Ja, ja, aber lohnt sich das? Sind die besser als die, die wir gekauft haben? Ne, eben nicht. Ja, Bro. Robert, bitte. ID-Zock. Wir müssen jetzt hier Ende im Gelände machen. Du hast schon so viele Sachen jetzt ausprobiert. Du kriegst das nicht mehr. Du hast verloren. Lass mich mal einen Kampf. Einen Kampf. Ich gehe mal einen Kampf machen. Komm. Ich mache die jetzt fertig. Pass mal auf. Ich mache die jetzt kaputt. Der kleinste, ja, das ist dieser Typ mit dem Piratenteil. Okay, dann pass mal auf. Bro, gib doch einfach auf. Du kriegst es nicht mehr. Überweis mir doch einfach deine 30.000 Rohrwachs. Nein, Bro, das gibt es nicht. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich gebe auf, Alter. Der Gehirn ist einfach gegangen. Leute, wenn euch das Ganze gefallen, dann lasst einen Daumen nach oben. Abonniert. Mann, sonst würde ich es sagen. Hey, das ist ein Betrug. Das ist Scam. Scam, Alter. Dieses... Nein. Leute, guckt euch das an. Leute, das ist wirklich... Der macht dir am wenigsten Spaß, dieser Tycoon oder so. Ja, kein Bock. Aber du hast auch niemanden besiegt. Also eigentlich so unentschieden, sag mal. Was für unentschieden, Bro. Ich habe 110 Millionen Leben. Hä, Bro, wie geil. Du kriegst ja zweieinhalbtausend Trophäen, auch wenn du verlierst. Bro, das bringt dir gar nichts. Für die nächste Welt brauchst du 75 Millionen Siege. Ja, okay, aber das heißt, wenn du verlierst, kannst du trotzdem ein paar R machen. Also, ich öffne mal, komm, ich öffne, ich öffne mal dieses Zweifel. Digga, du willst jetzt immer noch ein Ei öffnen, Bro. Was ist da drin, Alter? Komm. Mach mal mal auf. Episch. Fliegendes Vieh. Ist das gut? Nein. Noch nicht ganz? Aber die sind schon besser als auf der anderen Welt. Aber nicht so gut. Aber wenn ich den oft genug ziehe. Bro, bitte. Wenn ich den oft genug ziehe und den Rainbow mache. Bitte. Sia-Katze. Okay, die sind gar nicht mehr so schlecht. Die sind nicht mehr so schlecht, Bro. Bro, was verloren? Ich will jetzt meine 30.000 Robux haben. Ja, können wir das in einer Stunde regeln oder so? Wir können das doch irgendwann mal machen, oder? Ja, also... Nö, ich will jetzt meine 30.000 Robux, Bro. Bro, ich hab mich schon von den Leuten verabschiedet. Er macht immer noch Eier auf, Digga. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, hier... Das ist ja nur Schmutz hier. Wirklich hier. Das ist ja Pay2Win. Das gibt's ja nicht. Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Like, abonniert den Kanal. Haut rein und ciao.